Wenn du an digitale Bilder denkst, welches Dateiformat kommt dir als erstes in den Kopf? Wahrscheinlich JPEG, doch es gibt deutlich bessere. In diesem Video schauen wir uns daher mal die drei vielversprechendsten Bildformate der Zukunft an. Bildformate waren lange Zeit für die meisten sehr übersichtlich. JPEG oder JPG ist das Standardformat für Bilder schlechthin. Hier seht ihr eine Auswahl von vier Bildern, die aus vier verschiedenen Kameras stammen. Das älteste ist 18 Jahre alt. Überall kommt JPEG zum Einsatz, das ist auch heute noch so. Das Format ist verlustbehaftet und nicht besonders effizient. Bei heutigen Bildern, wie dieses Bild hier, hat man mittlerweile Dateigrößen von über 7 MB. Benötigt man Transparenz oder verlustfreie Bilder, dann ist PNG das Format der Wahl. Dafür zeugt es deutlich größere Dateien. Fans von Memes oder anderen animierten Bildern, die können GIF benutzen. Das ist dann auch relativ groß, aber dafür hat man das eben animiert. Für Logos oder auch Symbole hat sich SVG besonders auf Webseiten durchgesetzt. Solche Vektorgrafiken, die lassen sich ohne Verluste in der Qualität unbegrenzt skalieren. Abgerundet wird diese Sammlung durch RAW-Bilder. Die sind vor allem für Fotografen interessant. Die sind sehr groß, aber dafür haben sie eben keinerlei Veränderungen oder Optimierungen, sodass man mit dem Bild maximal arbeiten kann. Bis heute dominiert JPEG auch bei neueren Geräten. Hier zum Beispiel haben wir ein Bild mit einem Samsung Galaxy S23 Plus aufgenommen. Das kann man auch in den Metadaten von dem Bild erkennen. Wie massiv größer die Bilder geworden sind, kann man hier an diesem Beispiel erkennen. Das Bild hier wurde mit einem Nokia 6230i, das erschien 2005, aufgenommen und belegt bloß 79,8 KB. Die neueren Bilder, die sind hier deutlich gewachsen. Da sprechen wir von Faktor 50, 60, 70 und teilweise sogar noch mehr. Das liegt daran, dass dieses JPEG-Format, das viele bis heute verwenden, aus den späten 80ern und frühen 90er Jahren kommt, also schon mehrere Jahrzehnte alt ist. In der Zeit hat sich die Technik aber stark weiterentwickelt, die Auflösungen sind viel höher, wir haben viel mehr Bildinformationen. Doch das muss nicht sein, dank moderner Formate können wir auch die Bilder mit hoher Qualität deutlich verkleinern, was insbesondere im Internet Bandbreite spart und die Seiten schneller laden lässt. Auch der Umwelt kommt es zugute, wenn weniger Daten übertragen werden müssen. Unser erstes Format ist WebP. Es wurde 2010 schon von Google vorgestellt. Es basiert auf dem ebenfalls zu Google gehörenden Videokompressionsverfahren VP8. Lizenztechnisch war VP8 und damit auch WebP eine Zeit lang umstritten. Inzwischen darf ihn Google durch Lizenzzahlungen gebührenfrei und quelloffen verbreiten. VP soll ein modernes Format fürs Web sein. Es kann auch Transparenz darstellen und braucht daher kein getrenntes Format mehr dafür, wie bei JPEG eben PNG. Komprimieren kann es sowohl verlustfrei als auch verlustbehaftet, was es ebenfalls von JPEG unterscheidet. Bis zu 34% Platzersparnis sollen bei vergleichbaren JPEG-Bildern drin sein. Testen wir das mal mit einem realen Bild. Hier habe ich ein von mir aufgenommenes. Das ist genau 4 MB groß. Wenn wir das mit GIMP hier aufmachen, können wir hier sagen Datei exportieren nach und ändert jetzt hier einfach die Dateiendung auf WebP. Dann kommt ein Dialog, wo jetzt alle Einstellungen angezeigt werden zur Bildqualität, wo man hier dann sagen kann, wie verlustbehaftet soll das sein. 90% lasse ich hier mal. Drücke auf Exportieren. Ihr seht schon, das dauert ziemlich lange. Das ist ein Nachteil von WebP. Das ist nicht das schnellste beim Exportieren. Gucken wir mal nach. Jetzt haben wir hier ein zweites Bild und das ist jetzt von 4,0 MB auf 2,8 geschrumpft. Also hier eine Ersparnis von 30%. Für WebP spricht vor allem im Web die Verbreitung. Das kann seit einigen Jahren jeder Browser außer der IE von Microsoft. Der weigert sich natürlich, spielt aber ohnehin heutzutage keine große Rolle mehr. Selbst viele Programme, wie zum Beispiel GIMP, habt ihr eben gesehen, unterstützen das Format. Das zweite Format kommt von JPEG selbst, nämlich JPEG XL. Das Urgestein der Bildformate fängt 2018 relativ spät damit an, einen eigenen Nachfolger zu finden. 2022 wurde dann der zweite Teil standardisiert und damit ist das Format komplett. Auch das probieren wir einmal aus. Exportieren meines Testbildes mit der Dateiendung JXL. Das erkennt ihr dann automatisch und zeigt uns die Einstellungen für JPEG XL an. JPEG XL ist zu JPEG abwärts kompatibel und besitzt darüber hinaus ein paar interessante Funktionen, zum Beispiel das progressive Herunterladen und Dekodieren, wie man es hier sehen kann. Wenn 15% des Bildes heruntergeladen sind, dann kann er schon hier eine Vorschau erstellen. Die ist zwar ein bisschen unscharfer, aber der Nutzer sieht was. Dagegen bei anderen Formaten muss das Bild erst komplett geladen sein. Die Dateigröße soll bis zu 60% sinken, während störende Artefakte nicht mehr auftreten. Auch Transparenz ist vorhanden, was dem Vorgänger gefehlt hat. Ein großer Vorteil ist die kompromisslose Offenheit. JPEG XL hängt weder von Patenten ab, noch wird für die Implementierung proprietäre Software benötigt. Die Referenzimplementierung lib.jxl ist als freie, quelloffene Software verfügbar. Auch jeder Test mit meinem Demo-Bild mit 90% Kompression hat sich das Bild etwa halbiert. Das kann sich sehen lassen, zumal selbst mit 200% Zoom hier keine Unterschiede sichtbar sind. Rechts ist die JPEG XL-Version, links das Original. Das klingt super, leider gibt es aber einen großen Haken, nämlich die Unterstützung. Google hatte es experimentell in Chromium eingebaut, doch in 2022 wurde es wieder entfernt. Bis heute ist diese Entscheidung stark umstritten, Googles Gründe wirken für viele vorgeschoben. Mit einem Marktanteil von über 65% weltweit hat Chrome jedoch eine marktbeherrschende Stellung im Web. Auch kleinere Browser orientieren sich daran, und wenn der Marktführer das Format nicht unterstützt, dann hat das keine Zukunft. Komplett tot ist JPEG XL aber dadurch noch nicht. GIM zum Beispiel sieht das anders und hat erst 2023 Unterstützung für das Format bei sich eingebaut. Auch andere Programme beherrschen es teilweise. Anders sieht die Lage bei AVIF aus. Dieses Format ist ebenfalls relativ jung, 2019 erschien die erste Spezifikation. Mit WebP hat es die Gemeinsamkeit, dass es aus der Videowelt stammt. Der AV1-Codec ist die Grundlage, er wurde erstmals 2018 veröffentlicht. AV1 ist eine Weiterentwicklung von VP9, der wiederum als Nachfolger von VP8 erschien, und damit sind wir wieder bei WebP. Das heißt, technisch haben wir hier ein Verfahren, das zwei Generationen neuer ist. AV1 ist offen und lizenzkostenfrei, doch in der Praxis weist es Ähnlichkeiten zu proprietären Kodex auf. Daher ist es in der Praxis leider ebenfalls nicht von den zahlreichen Patentkriegen sicher, die unter solchen Videokodex schon seit vielen Jahren laufen. Ein gewisses Restrisiko bleibt daher für das darauf aufbauende AVIF ebenfalls. Schauen wir uns an, was GIMP mit meinem Beispielbild daraus macht. Wir exportieren es als AVIF, exportieren. Hier können wir die Qualität einstellen, die ist nicht mit der von JPEG direkt vergleichbar. 74 entspricht hier ungefähr der Qualität von 90% JPEG. Mit nur 1,9 MB Größte ist es bisher das kleinste Bild. Dazu hat es das Web auf seiner Seite, ähnlich wie WebP unterstützen es alle gängigen Browser. Sowohl WebP als auch AVIF haben damit die besten Chancen zum Bildformat der Zukunft für das Web zu werden. Von der Größe her konnte WebP allerdings nur bedingt überzeugen, mit AVIF haben wir wesentlich kleinere Bilder generiert. Die Unterschiede in der Qualität sind bei Bildern überschaubar. Hier ist links das Originalbild von der Handykamera, in der Mitte die WebP-Version, ganz rechts die AVIF. Bei Texten mag das anders aussehen. Da sieht man dann eher, dass die etwas unscharf werden, aber hier bei Bildern ist das überschaubar. Während es diese Formate schon einige Jahre gibt, ist die Verbreitung noch bescheiden. Selbst das älteste WebP ist hier laut der Auswertung von W3-Tech nur auf 13,6% der untersuchten Webseiten vertreten. Bei AVIF sind es gar nur 0,2%. Dominierend sind hier ganz klar die klassischen Formate PNG und JPEG, sowie SVG, wo bei SVG ja auch kein Format ist, das ersetzt werden muss. Das funktioniert super. Bei Drittanbieterseiten muss man unter Umständen Abstriche machen. Hier zum Beispiel auf Kleinanzeigen, JPEG, PNG und GIF wird unterstützt, alle anderen neueren Formate nicht. Das heißt, hier müsste man dann Bilder entsprechend umwandeln, sonst kann man solche Dienste nicht nutzen. Bei eigenen Diensten ist es möglich, das nachzurüsten oder zu aktivieren. Welche von diesen Formaten nutzt du vielleicht sogar schon und welches ist für dich das Format der Zukunft? Schreib es gerne auf youlabs.de, in unser Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.